Was für ein Feuerball, Junge! Wall Run, oder wie? Das trau ich mir jetzt grad nicht. Äh, Sprung! Ah. Ah. Und hier wieder, oder wie? Ist das aber hier? Wow. Äh, Wall Run-mäßig Sprung! Ah, Junge, ich dachte schon, ich fall hier runter. Meine Güte. So, jetzt hier, das kennen wir wieder. Ah, hier, wir machen jetzt einen Speed Run hier hoch. So, kommen sie mal hier, da. Nein! Liebe Face, ist es so verdammt schwer zu wissen, dass man nicht einfach runterfallen sollte. Meine Fresse, Junge! Eieiei, eieiei, so Saltos in der Luft und so, kein Problem für Runner, ne? Aber einmal so von der Kante bitte nicht runterfallen, ne? Das verstehen die nicht. Eieiei, eieiei, nee, sie müssen jetzt immer hier kompliziert hochrennen, umdrehen, Sprung machen, damit sie verstehen. Eieiei, ist denn das so schwer? Meine Güte, so, hier wahrscheinlich wieder das gleiche, ne? Kennen wir ja, kennen wir ja Hund? Nein. Umdrehen und Sprung! Nein! Ist, ist sie denn zu dumm, die Hände auch zu strecken? Junge! Ist jetzt nicht, ah, ich dachte schon, wir sind so weit weg. Pass mal auf, ne? Wir gehen hoch, wir drehen uns um und springen. Ne! Wo bin ich? Wow, ich stehe in der Luft. Ja, solange ich nicht runterfalle, äh, umdrehen, Sprung! Ja! Nein! Oh, Junge! Wie sie einfach runterfällt! Sie ist, ah, ja, 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 sie, sie braucht den Adrenalinkick, sie braucht den, ah, da, 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 Adrenalinkick. Aber wohin jetzt? Da hoch? Wie komme ich denn da hin? Äh, ich glaube, da so hin. Pass mal auf, wir gehen da mal runter und jetzt den Ballband da hin. Ich glaube, das ist arg gefährlich. Ne, wir laufen, wir laufen hier erstmal ganz ruhig im Kreis so rum, beobachten die Situation und dann, ähm, dann machen wir das hier. Das hier muss doch irgendwie einen Sinn haben, dass wir hier hin, äh, oder auch nicht. Hä? Äh, 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 oder sollte ich da oben hin? Ne. Äh, das, das verwirrt mich hier. Das ist ja hier. Jetzt bin ich aber richtig verwirrt. Vielleicht soll ich da so ranspringen, dann umdrehen, aber das ist auch gefährlich. Aber ich probiere es mit Zeitlupe. Passen Sie mal auf, passen Sie mal auf hier, ne? Äh, ja, 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 liebe Face, passen Sie mal auf hier. Äh, äh, umdrehen und Sprung. Junge, wenn ich das nicht schaffe, schaffe. Halt dich fest, halt dich fest. Junge, oh. Meine Güte, sie spielt hier aber auch mit meinen Nerven, ne? Tut erstmal so, als ob sie nicht, als ob sie sich da nicht festhalten würde. Meine Güte, ja, 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 liebe Face, was soll denn das? Meine Güte. Hier im Kreis, äh, laufen, wohin? Äh, 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 äh? Was, was hier? Ich sag nicht, dass ich darüber einen Wallrun machen soll. Das schaffe ich nie im Leben, Junge. Äh, Mädel. Passen Sie auf hier. Äh, Sprung! Boah. Boah, genialmäßig. Sicherlich selber nicht gedacht, dass ich das schaffe. Und jetzt, äh, hier hoch, äh, ja. Äh, Sprung! Ah. Und, äh, jetzt, äh, jetzt, äh, 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 ne. Wohin jetzt? Dahin? Nein! Junge Face! Pass mal auf deine Füße auf. Wir springen jetzt hier rüber, ne? Äh, Sprung! Boah! Juck! Schon, Face ist schon so eine ganz schöne verrückte Braut hier, was die alles macht. Springen wir dahin, springen wir dahin, ja, 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 ja. Und wieder das hier gewohnte, naja, kennen wir ja hier, langweilig ist das. Langweilig! Und nun, äh, darüber wahrscheinlich wieder mit Wallrun. Ah, ja, 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 ist hier, retortenlevel ist ja alles hier altbekannt hier. Was soll denn das hier? Brauchen wir doch nicht, so. Boah, Juck! Ja, sehe ich, ich sehe das, das ist rot markiert, kenne ich. Laufen wir dahin hier, sehr feine Sache. So, lieber Hochlieber, lieber la 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 la. Junge, nicht oben festhalten, Face unten, ja, und jetzt reinkrabbeln. Ah, ja, 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 endlich. Mann, die Ratten hier werden echt riesig. Äh, ja, hat er mich gerade als Ratte bezeichnet? Junge Wichser, Junge! Eieiei, durfte ich das jetzt sagen, oder muss das piepen? Ich lasse mal drin, ich lasse mal drin, eiskalt. Uuuuuh, Autsch! Die Nachrichten über die Flüchtigen hören nie auf, wo ist denn die interessante Neuigkeit? Hat er, junge Ratte. Was drehen wir denn da? Redet lauter, Mongos, ich höre nichts. Und jetzt raus hier? Kannst du das vielleicht mal raustreten? Junge, sag nicht, dass ich jetzt hier umsonst hierhin gelaufen bin und wieder zurück muss. Äh, Penner! Eieiei, so, jetzt laufen wir, laufen mal, laufen la, laufen la. Äh, hierhin, hierhin, ja. So, Level wird geladen, ja, wow. Wow, Speicherpunkt heißt das auch, ne? Sehr schön. Was ist denn jetzt hier? Junge, erst krabbeln wir unnötig so weit hoch und jetzt können wir wieder hier runter. Wo liegt denn da der Sinn, bitte? Meine Güte hier, äh, abrollen. Was? Wieso sterbe ich denn da? Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Mach recht. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Ähm. Konos Konvoi, wie ist der Status? Nein. Wo kommt denn der Konvoi jetzt her? Welcher Weg ist frei? Wo kommt denn der her hier? Ach, da vorne. Eieiei, äh, ranzoomen. Bam. Ja, äh, was passiert jetzt? Ja. Realistisch-mäßig, Junge. Was geht da vor? Bericht. Ja, mach, mach, mach erst mal einen Bericht fertig. Jaja, ich laufe ja schon, ja, Facey. Ich bin zu spät. Sie wissen jetzt, wo du bist. Woher wissen sie, wo ich bin? Sie haben Bericht fertig geschrieben und darum wissen jetzt, wo ich bin, oder was? Junge, lauf, liebe Facey. Lauf hier einfach mal runter. Wir laufen jetzt zu unserer Kate. Da war ein... Level wird geladen. Immer so ein unpassender Moment, Junge. Weil da unten war unsere liebe Kate drin. Und die liebe Kate, die befreien wir jetzt. Befreien wir aus dem gefangenen Transporter. Laufen wir hier. Und müssen jetzt den ganzen Weg runterlaufen, Junge. Oh, gef... Ohoho. Erwartungskomitee. Nett von euch. Nett. Danke, dass ihr Hallo sagt. Oh. Ohohoho. Ah, da haben... Oh. Ohaha. Dann nehmen wir aber mal seine Waffe hier. Äh, Scheiße. Nein. Äh, Schockgang. Äh, äh. Oh, das war knapp. Von hinten, von hinten. Nein. 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 Junge. Ich glaube, ich sollte einfach vorbei rennen, ne? Äh, hier. Tür auftreten. Ne, wir machen jetzt ganz anders. Wir sind jetzt richtig cool und laufen hier so schräg rüber. Fuck. Nein. Ei, ei, ei. Oh, das... Oh, ah. Autsch. Ne, hier. Aber vielleicht mal ganz vorbei rennen, ne? Ich muss hier doch irgendwie einen anderen Weg geben, als direkt in die Gegnermassen reinzulaufen. Ah. Mies Klo... Junge, die hat ein Maschinengewehr da unten. Au. Noch einer. Ne, diesmal nicht. Diesmal nicht mal. Nein. Fuck. Nein. Er tötet mich nicht. Äh, lauf weg, Face. Äh. Scheiße. Hier, wieder Sprung tritt und bam. Und, äh, bam, bam, bam. Ah. Wer von... Wer von... Nein. Junge. Fuck. Nein. Äh. Ah. Ei, 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 ei. Äh, zum Maus greifen. Und, äh, wo bist denn du? Ah, ja, ja. Da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Na? Nein. Äh. So. Das hier war... War hier aber mal knapp hier. Nehmen wir mal. Was haben wir denn hier noch im Angebot? Nochmal eine Shotgun. Müssen wir uns jetzt hier den Weg kämpfen frei halten? Das hier, Call of Duty. Irgendwie langweilig hier. Ist doch nicht unser Niveau. Was hast du denn hier für eine Waffe? Drei Schüsse. So, weg damit. Nehmen wir das hier. Ach, nee. Ich, ich mach hier ungern den Weg so kämpferisch frei. Aber wenn er da unten mit Maschinengewehr sitzt, dann, äh, sehe ich da... Au! Verdammt, die... Junge, verdammte Axt. Was ist das denn los jetzt? Boah, Junge. Nein. Kommen Sie lieber... Wo ist denn der jetzt hier? Oder war da auch noch einer? Junge! Boah, Junge. Ganz ruhig, ja? Ganz ruhig. Ich hab... Alles ist... Alles ruhig. So. Das war's mit dem. Jetzt nochmal den anderen hier. Da ist auch noch was. Oh, Junge, noch mehr. Wie viel ist Scheiße, Junge? Aber erst mal der hier. So. Weg mit dem mit Maschinengewehren. Und jetzt haben wir auch... Ne, jetzt schaffen wir das hier wieder mit Laufen. Ah, da scheiße ist noch einer. Äh, wir machen Zeitlupe. Und... Äh, bam. Und, äh, jetzt nochmal im, äh, Rutschen und gegen den Kopf. Eieieiei, muss aber wehtun hier. Äh, I really feel bad for you. So. Äh, runter. Und umdrehen. Nein, lauf raus zum Konvoi. Oh. Aua. Aber ich hab's doch geschafft, ich hab's geschafft. Jawoll. Klar hab ich's geschafft hier. Oh. Sieht nicht gut aus hier. Eiskalter Comicrauch, der da aufsteigt. Tür auf. Kate. Kate. Faith? Ruhig. Effi. Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das. Das ist Merk, er ist dein Freund. Nein, Merk ist kein Freund. Ich lenke die Cops ab und komm später nach, okay? Merk ist kein Freund. Er gibt mir immer irgendwelche Befehle. Das find ich nicht gut. Ist nicht okay. Äh, okay. Polizei mag ich noch weniger. Oha. Das sieht jetzt aber unschön aus. Wenn das passiert. Hm. Tja. Ups. Da. Irgendwas kaputt gegangen, ne? Eieiei, hier. Das seh ich. Sie haben Kate. Ah. Aber ein paar der Penner hab ich erwischt. Wo sind sie hin? Hm. Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Ja, du musst die Scherbe finden. Diese Glarscherbe. Auf dem Boden. Shit, Merk. Ich hol jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faith. Es tut mir leid, Merk. Es tut mir leid. Nein. Nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Niemals. Niemals, Merk. BAM. Junge, wie wir genau das gleiche denken. Ich bin voll der Runner in my head drin, Junge. Eis kalt. So. Junge, was wird das denn jetzt? Softporn oder wie? Mhm. Oh ja, der Blick senkt sich. Mhm. Mhm. Na toll, das hat sich also gelohnt. Merk so halbwegs am abkratzen. Kate ist wieder weg. Geil. Und wo müssen wir jetzt hin? Zur Scherbe. Sollen wir die jetzt da finden? Ohne rote Tür. Ähm, da oben hin. Dann sollen wir wohl erst mal wieder hoch hier. Ganz ruhig hier erstmal alles. Nee. Wie komme ich denn jetzt dahin hier? Können Sie mal hier eine Wegbeschreibung? GPS oder so? Hätte ich gern. Ah. Ah. Oldschool mäßig hier hoch oder wie? Umdrehen und Sprung. Ja. Daneben. Oh, doch nicht. Ah. Ha 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 ha. Hier war doch was. Hier war doch was. rotes. Ah, da. So. Äh. 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 Umdrehen, Sprung. Was? Nicht euer Ernst jetzt hier, ne? Nicht euer Ernst. Da komme ich schon mal dahin und dann schaffe ich es doch nicht. Äh. Hoch. Umdrehen. Hoch. Umdrehen. Sprung. Darauf. Festhalten. Und jetzt bin ich hier. Und äh. Da oben komme ich nicht ran. Dann muss ich jetzt erstmal... Da war doch irgendwie nochmal was rotes, oder? Oder habe ich mich da verguckt? Habe ich mich doch nicht verguckt hier. Kommen Sie, gehen wir hier hin. Und jetzt, äh, jetzt, äh, mit Zeitlüpfe. Komm, machen wir mit Zeitlüpfe. Springen wir hier hoch. Und drehen uns um. Und Sprung. Nein, halt dich fest, halt dich fest. Boah. Junge, meine Stimme, wie hoch die wird. Ja, 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 ja. Hier, Mikrofon übersteuern mal nicht so. Äh. Und jetzt? Au. Soll ich da rüber springen hier? Kompliziert. Mäßig. Und Gott sei Dank, ja. Ist hier einmal das Tor hier rausgebrochen worden? Perfekt für uns, natürlich. Ach, sehr gut. So. Raus, äh, rein, äh, links, rechts, wohin, äh. Au. Irgendwas. Kaputt. Türschloss kaputt. Dann drehen wir hier mal. Das macht nämlich bestimmt die Tür auf, wenn wir hier drehen. Mit Sicherheit. Komm. Drehen wir, drehen wir, drehen wir, drehen wir. Was ist denn das überhaupt, was jetzt hier rauskommt? Ja. Boah. Ja. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Äh. Oder was? Au. Au. Was? Hä? Ich soll doch hier drehen. Oder soll ich dann irgendwie so schnell wie möglich raus? Aber ich konnte da nicht raus. Die Tür war verschlossen, Mongos. Die verdammte Tür war vers... Ne, da kommt jetzt ein Stromstoß raus. Ja, geil. Wo soll ich denn jetzt hin? Ach, hier. Öh. Rein da. Oh. Pfff. Was für ein Feuerballjunge. Oha. Sind wir... Oh. Okay, das hat man wohl nicht überlebt. Und Tür rausgesprengt. Miese Action-Face. Respekt, Alter. Oh. Oh, oh. Ich will ja auch so ein Auto. Darf ich Auto fahren? Nein! Junge Polizisten hier. Sag mir doch, dass hier Polizisten sind. Jetzt müssen wir erstmal miese Mongo Action wieder machen. Pass mal auf hier. Pass mal auf. Und bam. Das sind ja nur die einfachsten Kops hier. Die können mir gar nicht. Sieht aus, okay, sie können mich töten. Aber... Nee, ich hab Maschinengewehr gehört irgendwo am Ende. Wieso ist denn in der Garage Maschinengewehr? So. Kommen Sie her. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ah, da vorne hier. Nein. Junge, wieso macht der die Tür kaputt? Das ist doch ein Polizist. Warum macht der die Tür einfach kaputt? Junge. Ja, was willst du? Was willst du? Kommst du? Kommst du? Triffst du? Triffst du? Oder bist du zu blöd zum Treffen? Ah! Ha! Bam! Äh, runter. Bam! So. Was haben wir da? Oh, Elite Polizist. Äh, nicht gut. Gehen wir lieber mal durch die rote Tür rein? Was haben wir denn hier? Äh? Äh? Rot? Ah? Uh! Maschinengewehrtyp. Ah, nicht gut. Nein, äh, fuck. Nein. Nein! Bam! Und, äh, bam. Und, äh, bam. Fuck. Junge. Äh, wie viele Maschinengewehre haben die hier? Das lasse ich mir nicht bieten. Das kommt mir nicht in die Tüte. Boah, Junge, noch einer. Ist ja... Wo? Ist ja... Verdammt auch mal. Gut, Junge. Zwei auf einmal. Junge, es spielt sich ja wie ein Shooter hier. Das wollte ich ja gar nicht. Fenster habe ich auch alle kaputt gemacht. Das tut mir leid. Fenster wollte ich ja nicht kaputt machen. Und wieder ein Raum ohne Tür. Oder mit verschlossener Tür. Ist ja auch egal, wo die herkommen. Nee, nee, nee. Die erscheinen plötzlich, ne? Äh, rote, äh... Wo soll ich denn jetzt hin? Wo soll ich denn jetzt hier? Ach, roter Knopf? Ich über... Ach, es tut mir leid, lieber kleiner roter Knopf. Ich übersah dich. Ah, tut mir ja leid. Ach, City Eye Channel News. Sind wir also in diesem Scherbengebäude drin, oder wie? Eiskalt über die, äh, äh, Tiefkühler... Nee, nicht die Tiefkühlanlage, die, äh, Tiefgarage eingebrochen. Jetzt gehen wir hier rein. Ich bin gerade versucht, eiskalt im, äh, im Fahrstuhl, äh, hier, Zeitraffer zu aktivieren. Äh, Zeit... Äh, 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 scheiße, wie heißt das? Äh, äh, äh... Äh, Zeitlangsammacher, äh, Zeitlupe zu aktivieren, ne? Dann brauchen wir ewig hier drin. Pass mal auf, ich drück den Knopf. Okay, scheiße. Ah, wir müssen... Wir müssen einen Stuhl zum Springen. Cool, 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 cool Story, bro. Oh. Was? Fuck, Junge! Ah! Au! Ich glaub, sie haben mich erwartet. Kann das sein? Nein, ich glaube nicht.